Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier in Spiele 7 DS2D, bin hier gerade bei der Polizei Station und wir schauen mal durch, was wir hier finden. Looten machen wir wie gesagt später. Erstmal wenn wir sehen, dass wir hier die Sache mal reinigen. Zombies und so. Das heißt, ich habe gar nicht mehr erwartet hier, ein bisschen enttäuscht bin ich schon, kein Messing zum Scheppel und die Tage höher. Verschlossen. Empfangshalle. Okay, das kann man sich hier abbauen. Lohnt es sich auch eine Frage. Wenn es zerschlossen ist. Zerschlossen war nicht. Ach hier war der Knast. Gut, die waren schon gewesen. Hier wäre viel Eisen zu holen, ne. Da gehen wir nicht rein. Da ist zu. Warum ist hier zu? Ist das ein Messing? So, mal nachladen. Gehen wir eine höher. Ja, nachladen. Das war doch gleich irgendwo gewesen. Hier haben wir jemanden, der schläft hier. Hier sind immer wieder. Ich kann chillen. Das war das. Das war der Schlaufe. Das war der Schlaufe. basically. sauber und nachladen aber kein messing kein messing so ein bisschen lächeln schießplatz nachladen ich hab paar aufgeweckt na du bist noch nicht tot du bist gut gerüstet ne Panzerung muss der wieder reingekommen der die von innen hier wollen wir rein ah gut das war noch keine Absicht Kiste hat mich interessiert Munitionskiste das kann aber was sein naja gut bin nicht begeistert Messer mal kurz überlegen hab ich es rausgenommen sieht so aus ach da 6er naja noch besser das Messer wir brauchen das andere nicht entsprechend können wir bei Gelegenheit entsorgen so wir mal hier hinter gucken ich gibt bisschen Holz hier könnten wir Leder kriegen ne oh nee brauchen wir nicht genug ne Leder brauchen wir keins was ist hier wo der Händler ist was ist hier wo der Händler ist aaaahhhhhh ein kleiner ZF Kraftschrank wird dir vielleicht lohnen ne auch nur vielleicht versuchen können wir es ja mal haben wir ist ja Glück haben wir Glück jo Aufnahme läuft so passt auch denke ich mal ich bin jetzt 20 Uhr Geht leider lange ich muss immer noch mal lernen aber wie gesagt ist immer noch wichtiger dass ich hier äh paar Sachen bauen kann die für mich gut wären also bin enttäuscht eine Handgranate ja Machete wirst mal probieren ne Silber ist ganz gut und den Rest kannst du ja zerregen ja wenn das ja wenn das jetzt eine 2 wäre oder so ne ja ich verlasse hier aber jetzt haben wir es mit Munition ne sauberer also hier war nicht viel zu hoch also höher geht es auch nicht ja schauen wir da nochmal rein Koffer ein bisschen Holz ne Stiebe ja ok Schuhe Stiebe ja so ein Gebäude äh Einzelhaken ist hierbei wenn du so ein Gebäude übernimmst äh zum Anfang das Problem ist hier ist die Kälte äh hier kann es nicht lange bleiben das ist das ganze Problem deswegen können wir nicht hier nicht lange verweilen ne ohne Speziakramotten ach da bist du hier war doch noch ein Gebäude hier war doch noch ein Gebäude können wir uns kurz gucken da oben ob es da schön ist wir haben auch schlechte Sicht heute ne auch schon mal hier sind ne da kann man schon mal gucken was los ist hier rechts ist ein Gebäude recht groß links ist recht hoch das ist ja hier was ist das Ding hier hm jetzt hat eine Schule die werden noch Dings zu holen ne geh mal rein ne ha 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 verfrossen wieso ist das zu deck mich dabei umbau ist das auch nicht ja mal lieber aufladen ne große Halle bin enttäuscht und da ist offen aber garantiert Kasse das kann keine Schule sein das lohnt sich mal gut handeln wenn sie kein großer Freund für das muss ein anderes sein das kann da keine keine Schule sein ne wer das weiß kann es gerne mal bitte reinschreiben in die Kommentare ich bin nicht alleine ich bin nicht alleine da habe ich hier ein Problem ich kann meine Wache schlecht gucken wo es zielt hm nicht gut dann nochmal den nach und das könnte so ein Ding sein so ein Sportteil oder so das könnte so ein Ding sein oder Football mein Fiesball wäre so ein bisschen ich weiß ja auch nicht ne ich weiß ja auch nicht ne Ich will mal sehen, ob wir mal die Hütte leer kriegen hier. Ja, scheiß Haus. Das ist ein Problem, überladen ist man schlecht. Das wird mir schlecht. Gut, denn das ist schon ein bisschen entlastet. Können wir noch machen. Hitze Widerstand, plus 11, kann man gebrauchen, ne, für die Wüste. Brauchen wir nicht. Päcke, Messer, können wir auch verlegen. Weil, das ist günstiger. Das muss hier irgendwas sein mit Sport. Das muss hier irgendwas sein mit Sport. Oh, ich bin erschrocken. Oh, Mann, Junge. Boah, ich bin erschrocken für vierte. Mein Gott, die kosten die dann plötzlich auf? Das muss so ein alter oder so ein Sportplatz sein. Mann, hab ich mir verviert. Der ist zu alt. Komm, woher ist er, fuck? Ja, die Kassen sind offen. Warte, ich helfe dir mal. Boah. Warte, ich helfe dir mal. Boah. Was kommst du denn hierher? Das war so nicht geplant, dass ich dir helfe. Wollt ihr nur schießen können? Fußballspieler ist schnell, das ist nicht so gut. Gibt's doch gar nicht. Wieso sind alle verschlossen hier? Kann ja nicht so wertvolles drin sein. Witzfalle Klamotten. Und ich dachte, wir können ein bisschen Wissen kriegen hier, ne? Scheiß was. Haben sie auch wieder mal. Fahrt und WC. Gibt's ja auch im besten Fall höchst noch Wasser und so ein Scheiß. Wasser? Können wir eh nutzen, ne? Wir können ja eh stecken. Oh, Munition. Dachte hier nichts zu holen, aber... Blei. Und die Blei haben wirklich eine Mine, ne? Gut, der Raum wäre auch erledigt. Dann haben wir ja plus 5 geladen, ne? Ja, dann gehen wir mal gucken hier. Müllfach hier. Die Messing, du. Nix. Ich brauche Messing. Aber Lockets. Muss hier immer Sport sein. Bänke. Mützen sind gut, aber die binden auch keinen Schutz, ne? Oder ziemlich wenig Schutz. Und jetzt. Also normalerweise, ganz ehrlich gesagt, ist es hier nicht logisch, dass es hier eine Unkleidkabine ist und die Toiletten so sichtbar sind. Auch wenn da Glasfrau ist. Trotzdem ist es, äh... Naja. Das klingt nicht richtig, sag mal so. Voll. Witzel. Ja, zerlegen. Einmal können zerlegen. Können wir auch zerlegen. Das haben wir auch schon öfters. Das können wir hier lassen. Kopftuch. Zerlegen. Aha. Beutebonus. Wie gesagt, Schlamotten. Die sind nicht so dramatisch. Oh, der ist gut. Das können wir gerne öfters kommen. Der hat... ... 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